Perpedes, Pferd oder Drahtesel, das Erzgebirge zu erkunden, habt ihr euch dazu schon mal überwunden? Nur so kommt ihr an geheimnisvolle Orte ran. Denkt bei euren Planungen bitte auch daran, um zum Beispiel zu finden, den Eclogit. Dabei hilft euch kein Sprit. Naja, ansonsten könnt ihr mich buchen. Ich helfe euch beim Suchen. Aha, nach Kaffee und Kuchen. Glocke drücken, abonnieren. Glocke drücken, abonnieren. Glocke drücken, abonnieren. Glocke drücken, abonnieren. Glocke drقول, abonnieren.